Schwer verletzt wurde am Mittwochabend gegen 17.55 Uhr ein 17 Jahre alter Fußgänger unmittelbar vor der Straßenbahnhaltestelle am Aubuckel. Nach Angaben der Polizei stand der junge Mann im Gleisbereich und bemerkte vermutlich die herannahende Straßenbahn nicht. Als er sich mit seinem Oberkörper nach vorne beugte, prallte er mit dem Kopf gegen die Frontscheibe der Straßenbahn und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Das Polizeipräsidium Mannheim sucht Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet darum, sich unter der Telefonnummer 0621 1740 mit der Verkehrsunfallaufnahme in Verbindung zu setzen.